Musik ist Geschmackssache, darüber lässt sich streiten. Dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es nicht, ist doch scheißegal. Aber über eins können wir hier nicht streiten. Über den Rap-Stil. Das ist nämlich mein Rap-Stil. Das ist Bösemann-Style. Bruder, glaub mir, keiner will dieses Style auch nachmachen, weil der Style ist auch einfach nicht der Vibe, Bro. Ehrlich nicht. Er denkt, sein Style ist einzigartig, weil der ist zu krass und keiner kann den nachmachen. Bruder, keiner will den nachmachen, Digga. Du kannst sagen, für dich, oder ihr könnt für euch, weil ihr ja zwei Brüder seid, könnt ihr sagen, die Musik von Bösemann gefällt mir nicht. Sagen wir doch, Bruder. Bösemann, deine Musik ist nicht der Vibe. Falscher Ärger. Also, Bösemann, wir sagen dir nochmal persönlich. Deine Musik ist es nicht. Deine Musik ist es nicht. Und trotzdem kann es sein, dass wir wieder darauf reagieren, weil wir gucken wollen, was deine Lines gegen Farid sind. Ja, es geht uns nur um Farid. Ja, es geht uns nur um deine Rap-Künste. Es geht uns nur darum. Es ist, weißt du, da ist nichts dran auszusetzen. Aber wer seid ihr, das ihr jetzt dahergeht und sagt, das ist schlecht und das ist schlecht und das ist schlecht.